Was bedeutet eigentlich Erfolg? Wir leben in einer Gesellschaft, die erfolgsorientiert ist. Menschen wollen erfolgreich sein. Aber was bedeutet eigentlich Erfolg? Ist Erfolg, wenn du viel Geld verdienst, ein dickes Auto hast, wenn du ein großes Haus hast, dir teuren Urlaub leisten kannst, ist das Erfolg? Was bedeutet Erfolg? Jeder muss selbst definieren, was Erfolg für ihn bedeutet. Für den einen ist Erfolg, dass er einen Verein aufgebaut hat, der gute Arbeit leistet, karitativ ist, Menschen hilft und irgendwo das Leben von Menschen bereichert. Für manchen ist ein Erfolg, wenn er Kinder oder sie Kinder großgezogen hat, die es gut ins Leben gepackt haben. Für andere ist ein Erfolg, dass sie Künstler geworden sind und davon leben können. Für Yogalehrende ist es ein Erfolg, wenn sie sehen, dass ihre Teilnehmenden etwas davon haben, dass sie mehr Freude haben, dass ihre Gesundheit besser wird, dass sie mehr Energie haben. Bevor du also überlegst, wie du erfolgreicher sein kannst, überlege erst mal, was bedeutet Erfolg? Was ist überhaupt Erfolg für dich oder von einem höheren Standpunkt? Denn es gilt ja auch zu beachten, alles, was du aufbaust, wird irgendwann wieder kaputt gehen. Jedes Haus, das du baust, wird irgendwann zerfallen. Jeder Baum, den du pflanzt, wird auch irgendwann entweder gefällt werden oder irgendwann morsch werden oder vom Blitz getroffen werden. Was bedeutet Erfolg? Vom yogischen Standpunkt aus bedeutet Erfolg, auf dem spirituellen Weg weiterzukommen, Gott zu spüren, das Herz zu spüren, Liebe zu spüren und das Gefühl zu haben, am richtigen Platz zu tun, das zu tun, was Leben und Schicksal für dich vorhatte. Erfolg kann auch heißen, dass du immer wieder scheiterst und dass du nichts Gescheites auf die Beine stellst, aber dabei spirituell wächst. Was bedeutet Erfolg für dich? Wie definierst du Erfolg? Schreib es doch in die Kommentare. Danke.